Moin moin, hier ist wieder Winnie und weiter geht's mit den Let's Plays und ich habe noch jemand mitgebracht. Ich habe Torben. Stell dich kurz vor. Moin, ich bin Torben, ich komme aus Hamburg, ich mache auch Videos, bin auch ein YouTuber, TotoCrestsunder, hier mal eine kleine Schleichwerbung für euch. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das jetzt heute ganz gut, dass ich mal mit dabei bin, damit es auch nochmal etwas mehr aufgepeppt wird und dass es besser veröffentlicht wird. Und ja, fang mal an, Winnie. So, gleich was zu sagen. Was machst du für Videos? Ich mache Videos von Konzerten, auf denen ich war. Also eigentlich ist das Genre teilweise nur übermäßig nur Metal, aber halt gute Qualität relativ für meine, ich sag mal, Cam, das ist eine Canon und ich benutze kein Bearbeitungsprogramm, ich stelle es einfach hoch. Und ja, das mögen die Leute halt auch ganz gerne und innerhalb von zwei Tagen hatte ich schon 100 Klicks und das fand ich schon mal sehr toll. Ich meine, Facebook macht es ja, also. Ja, auf jeden Fall. Was, du nimmst, deine Soundqualität, also du nimmst mit der Cam auf? Ja, so mit meiner, ähm, Digi-Cam. So eine richtig gute Digi-Cam von Canon, hat irgendwie 11 Megapixel oder so, richtig gut. Finde ich geil. Ja, das hört sich auch gut an, muss ich sagen. Ja, ne? Finde ich aber auch. Ja, hier war heute ganz geiles Wetter. Ja, ganz Deutschland war heute ganz gutes Wetter. Aber ich hatte auch mal... Ja, also ich hab's ja, ich krieg's nur hier in Hamburg mit, ne? Ja. Ja, ich hatte auch mal eine Cam, das war eigentlich auch eine, die hat 50 Euro gekostet, die hat schon bei mir Stiefvater mal bekommen. Und die war eigentlich auch ganz okay, bloß die Tonaufnahme hast du ja gehört, die war richtig Mist. Ja, ich kenn's. Das war das drast Ding damals mit meiner Ex. Ja, wohl. Auch genau war's das mit dem Ball. Ähm, warte, warte, das war die Videokamera, das war die Videokamera. Da haben wir die aufgenommen, während sie so versucht hat, einen Ball hochzuwerfen und dann ist er mal über den Zaun geflogen. Das ist so zugeklagend. Du meinst nur, sie soll den holen, dass sie die Karte gestellt und dass sie schon Untertitel gemacht hat, ey. Zieh euch das Video mal rein, ey. Ja, genau. Aber das Video, das Video hab ich nicht mehr, das hab ich nicht mehr. Das bereue ich. Das ist aber bei YouTube. Echt? Ja, aber ich gebauere nicht. Stimmt, das ist auch noch drin, ne? Dann kannst du ja immer mit Konverter wieder runterziehen, mein Lieber. Jo, das mach ich. Und jetzt hast du hier deinen Handschuh-Level 7. Ja, genau. Ja, Level 7. Und dabei level ich auch noch hier, also ich queste. Hab ich gut aufgepasst, was hast du denn grad zu tun hier? Ich seh das ja nicht. Ich rede mit dir über Skype. Ja, genau. Vielleicht macht's auch möglich. Ja. Schafft's euch. Ich queste grad hier, Wald von Elven, ganz normal. Ähm, dabei kann man mir auch zusehen. Und jetzt muss ich grad Schweine töten und Eberfleisch sammeln. Eberfleisch? Ja, Eberfleisch. Kannst du dir dann später angucken. Ey, du Sau, du machst mir grad irgendwie Hunger auf Wildschwein. Ah, ich war Wildschwein gegessen? Ja, auf dem Straßenfest. Die haben's einmal auf dem Spieß. Das ist so lecker, Leute. Probiert's mal, wenn ihr keine Vegetarier sollt. Wildschwein, das würd ich auch mal gern essen. Jetzt mal ohne Scheiß. Das hört sich gut an. Ja, es schmeckt. Also wir hatten's mal zu Weihnachten, haben wir schön eingelegt in Buttermilch. Äh, direkt vom Jäger, weil mein Vater-Connection-Sortum, das passt schon. Okay. Ja, wie gesagt, ich kann ja auch mal was von früher, also zu meinen ganz früheren Videos erzählen. Wir haben nie wirklich drauf geachtet, was damals Jackess gesagt hat. Don't try this at home. Wir haben's trotzdem gemacht. Teilweise gab's halt Videos. Deswegen heiße ich auch bei YouTube Toto Crest Sunder. Wir haben uns am Anfang Haha Rock City genannt. Und jetzt halt Crest Sunder. Aber das ist jetzt auch schon seit zweieinhalb Jahren nicht mehr da. Und dann hab ich mich mal jetzt kurz dabei entschieden, dass ich jetzt Videos von Konzerten mach und die einfach hochlade. Und vielleicht gefällt's euch ja. Und ich mach jetzt hier mit Winnie auch öfters mal, wenn ihr möchtet, ein Let's Play. Und er macht's ja ganz gut. Also richtig gut. Ich find's richtig krass. Ja, jetzt kam grad Level Up. Level Up? Ja. Hast du einen Snapshot gemacht, mein Lieber? Was? Habt du einen Snapshot gemacht hast? Oh, genau. Ja, jetzt hab ich's grad vergessen. Ey, ich hab ohne das gesehen zu haben, ey, hab ich dich nach dem Snapshot gefragt. Also guck mal, wie du siehst das. Warte, das können wir noch fotografieren, das geht noch. Das geht noch. Also wenn man auch früher dran denkt, dann kann man das hier unten noch fotografieren, das ist gut. Okay, aber guck mal, jetzt ist hier zum Beispiel auch noch, wir könnten ja echt mal so ein Video machen, wo du einfach die Grafik auf Ultra stellst und dann machst du einen auf Star Wars, ey. Was tut ihr davon? Schreibt doch mal auf Ultra. Pass auf. Das ist heute schon, ich hab meine Videos bearbeitet, damit sie kleiner sind. Da hab ich, ähm, Hocheinstellungen gehabt, wie ich sie sonst benutze. Und auf einmal ging's da, kam das gleiche Problem schon wieder. Scheiße. Aber jetzt, aber jetzt ist wieder alles ganz okay. Aber ich kann's mal noch versuchen, ob das immer noch klappt mit den Ultra-Einstellungen. Ich versuch's mal übernehmen. So, wollen wir mal gucken, ob's immer noch klappt. Und? Na klar, es klappt immer noch. Zwischendurch kann ich ja mal lustige Einfälle von gestern übernehmen. Ihr kennt ja, das ist zwar jetzt bestimmt voll unwittig, aber irgendjemand wird bestimmt drüber lachen, der der Mettler ist. Ja, sowieso. Und mit dieser Musik nicht anfangen kann. Lützenkirchen, drei Tage wach. Ich hab's noch umgedichtet in... Auf geht's, ab geht's, drei Tage pit, du und deine Oma machen drei Tage pit. Morspitt halt, ne? Also ich find's geil, also wir mussten drüber lachen, weil wir irgendwie, ich weiß nicht, wir waren ganz normal drauf. Also ich bin so Naturstone, sag ich mal. Ich brauch nichts, um lustig zu sein. Ich kann's auch so, aber natürlich mit... Ich mein, Alkohol macht ja noch mehr Spaß. Sowieso. Ja, du kennst es, ey, aber man. Wo ich noch sagen wollte, ähm, sag mal, wieviel Minuten Thema eigentlich, wir müssen zwei Minuten abziehen, ich hab vergessen, die Stoppuhr zu stoppen. Ja, dann rechne mal, du, ich hab deine Stoppuhr nicht im Blick, ich kann nicht sehen. Ja, ich mein nur, ähm, also etwa zwei Minuten, nachdem wir Skype gestartet haben. Ja, erst sechs Minuten oder so, ne? Wieviel Minuten machen wir... Ne. Wieviel, die haben wir... Ich kann's nicht sehen, das müssen wir jetzt schätzen. Warte mal, wie... Wie haben wir denn etwa? Also wir erzählen hier gerade, äh, hier steht bei mir, ähm, 9 Minuten. Okay. 9.15. Okay, war da gestartet, ähm, ich hab gesagt... 7 Minuten. Ja, als das Video darf höchstens 15 Minuten gehen. Ja, das wird's ja nicht werden, also wir machen gleich eh, falls du noch irgendwie, da machen wir noch einen Quest und dann reden wir jetzt noch kurz und dann können wir erstmal wieder stoppen und dann machen wir einen Aufnahmestopp. Dann geht das schon, ne? Mal sehen. Dann geht's auf jeden Fall. Ja. Ja, also wenn die Leute wollen, ich mag gerne wieder mit dir an ihr Netzplay zusammen. Das Lustige ist, wir müssen, ich muss hier halt improvisieren, weil ich sehe echt nicht, was du tust. Ich konnte eben heute nur sagen, dass du ganz nett was gemacht hast, das ist doch schon mal echt glücklich oder was? Und, naja, also was waren denn so, du spielst ja gerne wie okay, was waren denn mal so die lustigsten Bugs, die du jemals gesehen hast? Oh, ja, da hatte ich mal einen, da hatte ich mal einen, da bin ich, ähm, vom Friedhof, also da bin ich gestorben, wollte mir, wollte mein Geist freilassen. Bestimmt, aber in den Videos, die jetzt auch gerade hochgeladen werden, bin ich auch zweimal gestorben. Jedenfalls, war das so ein Bug, ähm, da war ich unter der Erde und konnte hochfliegen. Das war etwa mit Level 20. Ja, die Magierkönne, so weit ich will, aber du hast keinen Magierkönne, das ist eigentlich noch zu schweben, da fliegst du nicht, da gehst du immer weiter runter, du kleidest so durch die Luft. Jedenfalls, ähm, da war ich unter der Erde und da konnte ich immer hochfliegen. Ich hab niemals Boden gefunden, da musste ich extra ein GM anschreiben. Und ich konnte auch keinen Ruhlstein verwenden, weil ich ja geflogen bin und tot war. Mhm, ja, 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 okay, ja, also wenig, wir sollten auch mal so ein Vlog mal zusammen machen, so einen richtigen Vlog, wenn du mal in Hamburg bist oder ich bei dir in Erfurt, ein Vlog, äh, keine Ahnung, über deine Pläne, über vielleicht unsere Pläne sogar, ich weiß es nicht, über meine, deine, unsere, ey, das ist ja ein Film, ähm, ja, müssten wir mal machen. Das könnte doch nur lustig werden, ich mein, wir lachen uns doch dann wieder in Arsch auf, ey. Sowieso. Alter, das ist so lustig mit mir. Ja, ja. Ah. Eigentlich können wir ja mal erzählen, wenn wir uns kennengelernt haben, wenn wir noch drei, das, das, da haben wir viel zu erzählen. Oder wollen wir das nächste Mal machen? Wir können, also wir können auch zwei Parts machen, so ist es nicht. Ja, machen wir zwei Parts. Dann machen wir zwei Parts jetzt noch, das ist kein Problem. Ja, gut, dann, dann mach mal, äh, warte mal, ich guck mal, start auf die Uhr, warte mal. Also zwölf, dreizehn Minuten möchte ich das Video machen und dann mach mal stopp und dann, ähm, nee, das ist richtig. Wann haben wir etwa angefangen, die auch noch, ich hab vergessen, die Uhr zu starten. Ja, ich hab, ich hab, ja, keine Ahnung, wir haben dann ganz kurz geredet, wir haben so, ja, gesagt, so, ja, moin, alles klar, hast du schon hochgeladen, keine Ahnung, ja, so ein paar hast du gesagt, dann haben wir, hab ich gesagt, ja, können wir mal so, just for fun mal so eins machen, dann haben wir die Stimmung kurz getestet, vielleicht zwei Minuten. Ja, ja, also jetzt nimmst du gerade vielleicht elf auf, wenn du so hoch. Ja, dann machen wir noch einen, dann machen wir noch eine Minute und dann machen wir stopp und dann machen wir das nächste Part schon. Genau. Ja, also tut uns erstmal leid, dass wir hier diskutieren mussten, aber das muss ja halt erstmal so sein. Ach, gehört dazu. Das ist ja klar, ne? Klar, wir werden es verstehen. Heute hat mich schon einer, als einer, der erste, glaube ich, hat mir einen Kommentar halt geschrieben, den ich nicht kenne, das ist irgendein so ein Kanal, dem gefallen meine Videos, würde mich auch weiterempfehlen, das finde ich gut, das ist schon mal ein guter Anfang. Ich meine, Würde ich auch machen, also, ja, wo man posten, liken, alles, ne, Optionen, sehr wichtig, mag er gerne. Man will ja erstmal hervorkommen, ne, weil da gibt's einen Let's Player, der heißt, also, sein Charakter heißt Donovan, und das ist wirklich ein sehr, sehr guter Let's Player, der hat auch WoW gemacht, der hat eine 300 Partys hochgeladen und gut ab, da, muss ich sagen, perfekt. Und da macht es ja auch so, da lädt es genauso, wie ich, wenn ich hochlade, es dauert etwas bei zweieinhalb Stunden, bis ein Video hochgeladen ist. Das ist das einzige Problem, sonst wird man am Tag zu anderen fünf Parts kommen. Das ist nicht meine Faulheit oder so. Also komischerweise, hast du jetzt einen Gamer-PC oder einer mit einem schnelleren Treiber, ich glaube, ich glaube schon wieder scheiße. Treiber nicht, schnelleren Prozessor, ich habe jetzt einen Vierkern-Prozessor drin, das also erklärt, ist ein ganz guter Prozessor auf einem 2-1er mit der neuesten noch. Braucht ihr etwas? Und, warte mal, wir machen erstmal jetzt Schluss hier mit dem Part, und machen wir dann nichts weiter. Bis zum nächsten Mal. ut Vielen Dank.